Achtung! Wichtig! Wusstest du, dass Gott in seiner ganzen Fülle in Christus wohnt? Kolosser 1, 19-20 Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Willst auch du diesen Frieden? Dann nimm Jesus Christus als deinen Retter und Erlöser an.